Yo, yo, was geht? Hier ist Altbaran AK, der Vater aller Glatzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Altbaran TV. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und meinen Kanal abonniert habt. Das ist auch sehr wichtig. Ja, wie gesagt, neue Folge. Wir sind unterwegs. Wir haben wieder einen langen Weg vor uns. 525 Kilometer. Wieder auf Risiko. Wir machen wieder ein Risiko. Auf jeden Fall bin ich unterwegs wieder mit meinem Freund Abdul Verwaltung, der am Steuer sitzt. Sag mal Salamu alaikum. Und hinter der Kamera unser Kameramann Tahsin Özkan. Steht ja auch mal in den Videos. Direktet bei Tahsin Özkan. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist eine riskante Fahrt heute. Oder das, was wir heute vorhaben. Ich bin doch ein guter Fahrer. Das meinte ich nicht, mein Freund. Das weiß ich doch. Maschallah. Ich meinte nur, wir sind wieder mit Risiko unterwegs. Ich will wieder jemanden überraschen gehen. Ja? 525 Kilometer. Wir sind gerade von Berlin losgefahren Richtung Mülheim. Ja? Wer kann das sein? Mein Freund. Mein Bruderherz. Bilal. A.K.A. alias Manuelsin. Wir haben uns ja vor ein paar Monaten, oder letztes Jahr war das, haben wir uns das erste Mal, wir kannten uns ja schon früher, aber vor ein paar Monaten waren wir zusammen unterwegs. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich habe ihm gesagt, ich werde dich besuchen kommen. Und ich bin ein Mann, in Klammern auch, ein Ehrenmann, der sein Wort hält. Deswegen dachte ich mir, ich überrasche ihn. Ich fahre 525 Kilometer dahin und versuche ihn zu überraschen. Und ich hoffe, inshallah, klappt es, dass ich ihn erwische. Für euch da draußen, Ehrensache steht an der Tür. Ja? Ehrensache 2, besser gesagt. Mein Album, mein sechstes, mein siebtes. Warte mal, ich muss zählen. Fünf. Sechs, mein siebtes Album. Im Oktober auf jeden Fall. Bestellt ihr euch auf mein Album. Ihr wisst, wer nicht drauf ist, dass ich helfe es. Lasst uns Ehrenmänner sein. Und ich halte heute mein Wort an Manuel und fahre heute ein und ich hoffe, ich erwische ihn und überrasche ihn heute. Und ich weiß, er wird sich tierisch auf mich freuen, weil er mich mag. Und ich bin ja auch kein Mensch, den man nicht mögen kann. Oder? Auf jeden Fall haben wir Hunger. Was steht heute noch an der Tür? Was haben wir heute noch im Programm? Essen, 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 essen. Wir wollen frühstücken gleich an der Raststätte. Aber nicht so wie ihr denkt. McDonalds bei McDonalds oder diese verfolgten Brötchen von der Tankstelle oder so. Um Gottes willen die gerade 3 Euro, 4 Euro kosten. Tööö. Es da. Haram essen. Baram TV. Wir haben unser eigenes Frühstück. Machen wir Frühstück und wenn ihr wollt, kommt mit. Tassen. Ich habe sogar türkischen schwarzen Tee gemacht. Ich koste extra für dich Tassen, damit du mir keinen Schwachsten erzählst. Yallah, Jungs. Wir haben Alpaganda vor. Wir haben extra WhatsApp. Du weißt, du kannst so eine WhatsApp-Gruppe machen, wo alle automatisch mitlesen. Aber ich schreibe meinen Homies, ich schreibe, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Was haben die gut? Nur Brot. Ich meine Schuld. Da hast du die Schuld. Immer die Schuld auf andere Schieten, das ist einfacher. Okay, Schau, guck mal. Bitte, komm mal her, die Tüte. Ich habe gesagt, Schau, Käse, Tomaten und das. Die haben Salam geholt. Arabisch Brot, Fide, Bismillah und Arabisch Brot. Lass, wer soll das alles essen? Wir sind auf Diät. Wenn Felix Sturm ist so erwischt, er tötet mich. Ich bin auf Diät. Heute Cheat Day, Bruder. Heute Cheat Day. Seit drei Wochen erst mal scheiß euer Brot. Dann haben die Schau so geholt. Ich wollte Parmak, Schau. Parmak, Schau, Schau. Polis aus. Okay, genau, bitte. Alper, ist Tee arzig oder? Nein, es ist dämlich. Warte, wenn du diesen Tee trinkst, dann gehst du zehnmal Pimpin. Dann sind wir mit der Familie Türkei gefahren. Mit Auto haben wir immer so gefrüßt. Beste, beste Zeit gewesen. Beste Zeit gewesen. Aber heute ist alles be Brussel zuсп exempt bis weg rein. Alles nicht richtig, Masал mat. Wir pullen & arbetshiöne. Abdul seit immer 35 mm Brot, hospitals gemacht. Oh, Morsi ist es bald. Aber Object Astbia, kurweig mercess разм登get McLaren. De standing in 안녕하세요. Oh, komm der sonne. Masalallah. Er". Er mata bei ne ister's? Und dann macht er so. Oh, sag den Chai Machai, eine Ehre. Oh, was treibst du jetzt? Ich will heute noch ankommen bei meinen Lätzen. Eine Ehre. Ich will es. Ich mach nur die zu Hause. Morgens Haferflocken mit 1,5% fetthaltigem Fisch, äh Fisch sag ich Milch. Warum machst du Salz da rein? Das ist doch so viel, Alter. Ich hab mich mal gelegt. Hast du gemacht? Nein. Ich hab doch nicht gemacht. Er wollte machen, er hat nicht gemacht. Hat er gemacht oder nicht? Sonst kipp ich weg. Er hat nicht gemacht. Ihr Araber und Türken, pass mal lieber Brot auf. Euch kann man nicht trauen. Der macht doch so, dass ich nicht sehe, damit es auch funktioniert. Tschüss, Abdel hat schon halbe Brot gegessen mit einem Dings. Das ist noch ein bisschen was. Ich mach diesen Geschmack. Beim Kauen. Ich dachte ich dir, ich schicke dir. Okay, warte mal. Jetzt sind wir fertig. Wir haben aufgeräumt. Ich werd jetzt mal mein Revier markieren. Undercover Schrift. Man muss richtig drauf gucken, man muss lesen. Ich lass es hier. Keine Ahnung. Wenn jemand versteht, was da drauf steht, vielleicht kriegt er ein bisschen was davon. Danke schön. Ein Brot habe ich noch übrig, ist einfach unterwegs. MashaAllah. Alhamdulillah. Dann fahren wir mal weiter. Jetzt haben wir schön gefrischstückt. Guck mal, wir sind genau rechtzeitig losgefahren. Na Tassi? Guck mal, wie es regnet jetzt. Also das, was wir gerade gegessen haben, würde ich niemals gegen zwei Döner oder drei Döner tauschen. Wie gesagt, mein Album Ehrensache 2 dieses Jahr. Sechster Album, Entschuldigung. Ich habe vorhin, glaube ich, sieben gesagt, glaube ich. Mein sechstes Album auf jeden Fall. 11 Oktober bis dahin. Alpagat.tv abonnieren. Und immer aktuell mit dabei sein. Und aktuell Infos immer mitzukriegen. Oh. Wallah Abdul, du hast King reagiert gerade. Ich schwöre dir. Du Araber, Alter. Miese Blitzer da. Er wird beinahe erwischt Fotoshooting. Miese Blitzer gerade. Er hat richtig reagiert. Er hat richtig reagiert. Helal auszuholen lassen. Eine Mail mit ihm geladen zu. Wallah, reicht doch ja jetzt. Waaah. Genau, Susanna. Reicht dann. Kein Geld mehr haben wir nachholen. Nur noch für Fotoshooting. Für Album. Fotoshooting auf Autobahn. Fotoshooting auf Instagram. Reicht. Kommen wir zum Filmtipp der Folge. Nicht Woche, sondern Folge. Ja? Ich habe mir ein Klassiker ausgesucht. Von John Travolta und Nicolas Cage. Dreimal dürft ihr raten. Face Off. Richtig geraten. Im Körper des... Richtig. Face Off im Körper des Feindes. Überkrasse Film. Einer meiner Lieblingsfilme auch von damals. John Travolta und Nicolas Cage in der Hauptrolle. Nur einer wird überleben. Und das ist nur einer. Also Filmtipp der Woche. Face Off. Nicolas Cage und Joel Travolta. Ich empfehle diese Filme immer. So diese Klassiker. Weil die neue Generation kriegt vielleicht von damals nicht so viel mit. Außer so Filme wie Goodfellas. Oder Scarface. Oder ähm... Was hab ich noch? Von früher. Blatt und Blatt aus. So eine Filme. Aber das sind auch richtig gute Filme. Damals war ich in der Oberschule. Als ich diese Filme rausgab. Wir sind auf dem Weg. Wir fahren jetzt weiter. Und machen. Jetzt so lange. Na, Pius? Party! ! Piaat! Piaat! Uohoh! Piaat! Das geht's. Das geht's. Das geht's. Da geht's. Herr cups. Das geht's. Das geht's. Okay, ey, wir sind jetzt in Mühlenheim. Wir sind endlich angekommen. Wir gehen jetzt in den Café rein und gucken, ob mein Bruder Manuel sind. Da ist, inshallah, er ist da, sonst sind wir am Arsch, Alter. Aber was, ob er da ist oder nicht? Um das zu erfahren, müsst ihr am Sonntag mit AlpaganTV entscheiden. Nicht vergessen, AlpaganTV abonnieren und mit dabei sein mit Abdul Verwaltung, Alpagan und die Kameramann Tahsin Özkan. Bis nächste Folge. Yallah. Untertitelung des ZDF, 2020